Der Taxi-Dialog Aha, was arbeiten Sie denn, wenn man fragen darf? Jetzt musst du wieder die ganze Poetry-Slam-Kacke erklären. Aber ich habe voll keinen Bock drauf. Lüge doch einfach. Sag, du bist Imker. Sag, du bist Vorsitzender des Deutschen Verbandes der Jungimker und warst in der Stadt, um einen Kongress zu leiten. Über Bienenzucht und neue Medien. Die einzelnen Bienen kriegen dann so Mikrokameras und können damit bei YouTube hochladen. Let's be! Ich? Oh, ich mache so Comedy und Kabarett. Gut gemacht, Jan Philipp! Ganz toll! Der fragt bestimmt nicht weiter nach! Ach, Sie machen Comedy? So wie der Mario Bart, ne? Fick dich! Hahaha! Nein. Ja, machen Sie doch mal was vor! Nein! Mach du doch was vor! Mach du doch deinen Job vor! Scheiße, du fährst das Taxi! Mach was anderes vor! Talentshow, Talentshow! Wie meinen Sie das jetzt, was vormachen? Ja, erzählen Sie doch mal einen Witz! Nein! Ähm, also ich erzähle jetzt nicht so direkt Witze. Ich mache mehr so lustige Kurzgeschichten oder Dialoge wie diesen hier zum Beispiel. Manchmal rege ich mich aber auch einfach nur über Dinge auf, die ich seltsam finde. Warten Sie mal, ich weiß einen Witz. Den hat mir letztens mein Kollege der Werner erzählt. Hahaha! Der war voll super! Boah, ich hoffe, ich kriege den Witz noch zusammen. Dann lass es! Nee, versuchen Sie einfach mal. Ja, also passen Sie auf. Kommt eine Blondine? Halt schon jetzt deine Fresse! Ja, kommt eine Blondine und wie geht es dann weiter? Oder war es das schon? Gott, ich hoffe, das war es noch nicht. Nee, nee, geht noch weiter. Also kommt eine Blondine zum Friseur und da muss sie aber erstmal über die Straße gehen und alle fragen sich, warum geht die Blondine... Nee, das war anders. Kommt ein Mann in eine Bar und bestellt einen Whisky mit Sprite und da sagt der Barkeeper, ihh, Whisky mit Sprite, das ist ja krank, gehen Sie mal zum Arzt. Und der Arzt sagt, wie viele Glühbirnen brauchen wir... Das klingt auch falsch. Also der Arzt, der kennt einen, der so Flugzeuge fliegt. Quasi ein Pilot, genau. Und der Pilot sieht, wie sich in der Wüste ein Pinguin und eine Giraffe treffen. Und da sagt der Pinguin zu der Giraffe, das kann der Pilot gar nicht hören, der ist viel zu weit oben und auch schon wieder weg. Jedenfalls sagt der Pinguin zu der Giraffe, was ist der Unterschied zwischen einem Huhn? Hä? Hm. Was ist der Unterschied zwischen einem Huhn? Äh, Zellteilung vielleicht. Zellteilung, was? Ihnen hat auch noch nie jemand erklärt, dass man nicht ernsthaft auf solche Fragen antworten soll, ne? Ich stelle die Frage, Sie sagen keine Ahnung und dann kommt die Pointe. Das ist der Ablauf, so ist es Tradition. Warum muss ich Ihnen das erklären? Sie sind doch hier der Comedy-Typ. Entschuldigung. Ist okay, wir versuchen das nochmal. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Huhn? Keine Ahnung. Ich habe die Pointe vergessen. Erzählen Sie doch mal einen. Wie gesagt, ich... Komm schon, Comedy-Typ! Ich habe gelogen. Ich bin eigentlich Imker. Imker? Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Wer ist denn heutzutage noch Imker? Jetzt haben Sie sich doch nicht so. Warum ist Ihnen das so peinlich? Warum genieren Sie sich denn so? Erzählen Sie doch einfach einen Witz. Los! Erzählen Witz! Tanz! Tanz, Affe! Tanz! Willst du da gar nichts zu sagen? Nein! Ich finde den sympathisch! Okay, ähm... Dann erzähle ich halt einen Witz. Ähm... Treffen sich D.K. und Heidegger in einer Bar. Und D.K. nimmt einen Schluck Bier, seufzt und sagt dann, Ich denke, also bin ich. Heidegger denkt darüber nach und erwidert darauf hin, Das Bedenklichste unserer Zeit ist, dass wir noch nicht zu denken vermögen. Die beiden schauen sich lange an und sagen dann gemeinsam im Chor, Es ist logisch, dass wir keine Kinder zusammen haben. Aha! Können Sie eigentlich davon leben? Ich weiß nicht, ich bin mir unsicher gerade. Ja, merken Sie selber, ne? Ja, merke ich selber, aber... Sagen Sie mal, Herr Taxifahrer, finden Sie sich auch manchmal in so Situationen wieder, die so absurd zu sein scheinen, dass Sie anfangen zu zweifeln, ob sie wirklich real sind oder dass alles hier nur der Traum eines übergewichtigen Hamms, dass es, der zwischen den Welten durch die Leere schwebt und gar nichts anderes zu tun hat, als seine Realität zu träumen. Und wir sind dann in der Traumebene nur so Projektionen. Was laberst du? Was laberst du? Bist du jetzt auch noch Philosoph, oder was? Such dir doch mal einen Job, für den du auch wirklich bezahlt wirst. Aber wenn du es unbedingt wissen musst, nein! Ich zweifle nicht, ob ich real bin. Der Taxameter läuft ja. Der Taxameter läuft, also bin ich! Ich verstehe, Taxameter, Ergo, Sum, was? Ist nicht wichtig. Aber bedeutet das dann, dass wenn sie existieren, weil der Taxameter läuft, sie aufhören zu existieren, wenn die Taxifahrt vorüber ist? Ähm... Wir sind jetzt da! Puff! 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 Untertitelung des ZDF, 2020